In dieser Lektion geht es darum, ins Tun zu kommen, am besten anhand Ihres aktuellen Schreibprojekts. Darum gibt es viele Handouts mit Übungen, anhand derer Sie Ihr Schreibprojekt Schritt für Schritt in die Rotextphase bringen können. Am Ende dürfen Sie sich bei einem Video mit ein paar Tipps entspannen, die Ihnen hoffentlich den ein oder anderen leeren Meter ersparen werden. Es geht um das erste Schreiben an der Uni. Orientiert haben wir uns an einer kleinen Seminararbeit von 10 bis 15 Seiten, wie sie etwa in einem Pro-Seminar verlangt wird. Was für Ihr konkretes Vorhaben nicht benötigt wird, können Sie getrost ignorieren. Wissen Sie, was inhaltlich von Ihnen erwartet wird? Aufgabenstellungen an der Uni haben gelegentlich die Eigenschaft, etwas vage formuliert zu sein. Bei einigen Textsorten, zum Beispiel Zusammenfassungen, Rezensionen oder Laborprotokollen ist die Vorgabe klar, bei anderen weniger. Welche Erwartungen mit Behandeln Sie das Thema XY verbunden sind, ist Ihrer Lehrveranstaltungsleitung vermutlich klar. Das heißt aber nicht, dass Sie das automatisch wissen müssen. Falls Sie befürchten, sich bloßzustellen, fragen Sie erst mal Ihre Kolleginnen. Möglicherweise sind die im Vorteil, weil Sie Akademikereltern haben, die Sie fragen konnten. Wahrscheinlich werden Sie aber sehen, die anderen sind sich auch nicht so sicher. Darum fragen Sie in der Lehrveranstaltung nach und bitten Sie um Beispiele zur Orientierung. Denken Sie an die Phasen eines Schreibprojekts aus Lektion 1. Die jeweils nächste Stufe der Pyramide muss auf einer soliden Basis stehen, aber der Weg dorthin ist nicht gerade. Bevor es an Schreiben des Rohtextes geht, werden Sie ein paar Schleifen benötigen, um zu recherchieren und ein Thema und Literatur nach und nach einzugrenzen. Dazu lade ich Sie jetzt ein.